Wer kann ich beim besten Willen nicht abnehmen? Die Zeiten sind schlecht. Und, noch ein Kaffee? Sehr gern. Ich wechsel vielleicht die Branche. Aha, und was stellst du dir da so vor? Restaurant zum goldenen Krug. Der Name ist vorzüglich. Da kriegt man doch gleich Durst. Welche Angestellten gehören zum Kauf dazu? Wir sind es. Ich will einen Seite in den Finger. Du bist der erste. Das ist mein Gott, ich schrie. Du willst kämpfen? Aber ich bin größer. So, was? Warmer work, Kalle. Der Laden läuft nicht so richtig. Was das Essen betrifft, ist viel Luft nach oben. Was ist denn so angesagt? Gut, also ich brauch 20 Sushi-Platen. Kalle braucht dringend Papiere. Egal oder illegal. Mein Neuf ist ein Genie. Liegt wohl in der Familie. Wieso wollten Sie nach Finnland? Die Autorzule ist ein Geiertschäu. Und ist ein Geiertschäu. Das ist ein Geierterfragen. Das ist geheimnis für dennoch. Wir genießen Sie in den Geier und den Geier.